Jan Jörg Oerding ist Generalleutnant A. Diet des Heeres der Bundeswehr und war zuletzt von 2005 bis 2008 der erste Befehlshaber des Kommandos Operative Führung Eingreifkräfte in Ulm. Militärische Laufbahn Am 1. Juli 1969 trat Oerding als Rekrut bei der Artillerie in Augustdorf in den Dienst der Bundeswehr. Von 1969 bis 1980 hatte er verschiedene Führungsverwendungen bei der Artillerie in Düm. Danach absolvierte Oerding von 1980 bis 1982 zusammen mit Manfred Engelhardt und Egon Rams den Generalstabslehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Von 1982 bis 1995 diente Oerding auf Führungspositionen innerhalb des deutschen Heeres in Sigmaringen und Kellinghusen sowie im Bundesministerium. Der Verteidigung in Bonn Von 1984 bis 1987 war er als Stabsoffizier der Panzerbrigade 29 in Sigmaringen tätig. Von 1995 bis 1998 war Oerding Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 30 in Ellwang. Im Auslandseinsatz war Oerding 1998 als nationaler Befehlshaber des 5. Sfor-Kontingents in Bosnien und Herzegowina eingesetzt. Im Anschluss versah er von 1998 bis 2001 Dienst im Führungsstab des Heeres in Bonn. Als Divisionskommandeur und Generalmajor führte er danach vom 9. März 2001 bis zum 31. März 2004 die 10. Panzerdivision in Sigmaringen. Anschließend wurde er zum Generalleutnant ernannt. Nach Ulm versetzt und übernahm, wie schon drei Jahre zuvor, die 10. Panzerdivision von Karl Heinz Leherr das dortige 2. Korps und gliederte dieses zum Kommandooperative Führung Eingreifkräfte um, dessen erster Befehlshaber er seit dem 7. Oktober 2005 war. Oerding war wesentlich an der Initiierung und Mitgestaltung der zivil-militärischen Kooperation im Landkreis Sigmaringen beteiligt. Der 2006 durch die Patenschaft mit dem Stab der 10. Panzerdivision aus Druck verliehen wurde. Am 10. Dezember 2008 übergab Oerding das Kommando an Wolfedieter Langheld und wurde anschließend mit einem großen Zapfenstreich von Bundesminister. Der Verteidigung Franz-Josef Jung in Ulm aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Privates Der gebürtige Rheinländer und seine Frau Margarete, Pädagogin an der Luise-Leininger-Schule in Sigmaringen, leben in Krauchenwies. Sie haben zwei erwachsene Töchter sowie zwei Enkel. Ehrungen 2008 Silvesterorden 2009 Verdienstkreuz Erste Klasse der Bundesrepublik Deutschland End